Was hast du? Fassung gebracht Du ihn? Ja Wieso? Wo bist du jetzt? Ich bin hier! Achtung! Hilfe! Wir dürfen die nicht umbringen Dass er nichts getan hat Wo ist der Typ? Dahinten Da fährt er doch nicht Ja Es wurde ja noch getötet Weißt du wo du es getötet hast? Von Leon ja Von Leon Was ist das denn? Warte